Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf E-Book TV. Heute etwas anderes, weil ich selbst die Kanzler als musste, weil es heute mit Aufnahme 40 Minuten lang war. Und ja, seht selbst. Ich weiß echt, ich muss so lang zu nehmen. Ich denk's. Wo ist die Bombe? Ich hab die Bombe. Ach so, ach so, ja, okay. Der hat ja dich übersehen. Ich hab mal, ich mach das, was ich gewusst. Der kann überspringen, ich weiß. Stell vor, du hättest jetzt gefehlt. Nice. Blunt. Michael. Blunt. Ja. Blunt, Bro, blunt. Okay, das war's. No, das war's. Oh, okay, das war's. What the fuck? Oh, na, er hat wahrscheinlich zuerst. Oh, er hat wahrscheinlich... Oh, er hat wahrscheinlich zuerst. Oh, er hat wahrscheinlich zuerst. Ach Scheiße, da kam noch einer. Hilfe bin ich grad schlecht. Was will der? Dicke, will der mich verarschen? Ich weiß, ich glaub das war nicht mal der, der gesagt hat, sondern ein anderer. Okay, ja. Ich glaub das ist unten. Der Verticales hören wir so geil. Also unten rechts ist einer, ich glaub der A bei der Ramp. Freakill. Ich muss dich beeilen wegen der Zeit. Ja, ich hab keine Chance mehr. Wo ist die Bombe? Bei B. Ja. Ist bei B. Da wird sie wahrscheinlich rausfinden. Komm, schaffst du. Was? Ach komm. Der weiß, dass du da bist. Der weiß, dass du da bist. Ja, scheiße, die Bombe istbar. Ja, klar, 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 klar. Ja, klar, klar. Ja, klar, klar, klar. Der weiß nicht mehr. Ich hab nichts mit mir im Bot Nein Ich hab nichts mit mir im Bot Ich komme von hinten und von vorne. Da kommt gleich einer mit P90, ich sehe es schon. Ah, okay, gib mir Blizz. Bye, bye. Nein! ach komm wenn die so richtig viel pushen kommen alter ich hab's aber nur irgendein bisschen chance noch nicht lassen mit dem letzten bot hier ach komm wir haben noch drei bots gut da liegt ein akard ja hab einen bei mitte ach scheiße gott naja einen hab ich das ist auch da also mindestens einer ist mit der mitte die die sollten sich nicht schämen die verkacken gegen drei bots und zwei spieler was ich bin grad zu zweit mit drei bots gegen fünf leute Geil. Warum? Stopp. Warum denn? Weil unsere Teammates 2 wurden gebannt. Geblanted. Was ist echt? Hacking oder was? Oh! Ab einen. Ach, scheiße. Mitte. Drei Leute. Drei Leute. Drei Leute. Ach, scheiße. Ich bin da. Nee, muss nicht sein. Was ist das? Nein. Nein. Ich bin der Bombe. Ich bin der Bombe. Ich bin der Bombe. Ich bin der Bombe. Ach komm. Von zwei Seiten. Nein, ich bin der Bombe. Okay, ist dann nämlich. Leute, B. Ramp. Ja, da ist ja auch die Bombe. Verdammt, ich bin runter. Die Bombe ist weg. Bomb has been planted. Das ist doch A. Hat sich versteckt, Alter. Ich habe ihn. Die Bombe ist weg. Oh. Auf ihn. Auf ihn. Oh. Zwei Leute noch. Einer. Nice. Das Problem ist die Bots halten einfach auch. Zusammen. Ach komm. Warte wo sind die Bots? Die Bots sind alle tot. Scheiße. Haha. Gott. Ja. 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 Ja.